Ein Ford Transit steht hier zum Verkauf. 12 Personen haben in diesem großen weißen 5 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Tempomat, Start-Top-Automatik und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,8 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 34.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. iciencyen Wirtschaft. Der Online-Preis der Welt kräft! Der Online-Palument